Dialog 1 Bedeutungsvolle Buchzitate In dieser Unterhaltung zwischen Anna und David tauschen sie ihre Lieblingszitate aus Büchern aus und diskutieren über deren Bedeutung und Einfluss. Sie teilen ihre persönlichen Verbindungen zu den Zitaten und empfehlen sich gegenseitig Bücher, die diese inspirierenden Worte enthalten. Hallo David, kennst du ein Buchzitat, das dir besonders am Herzen liegt? Hallo Anna, oh ja, da gibt es tatsächlich ein Zitat, das mich immer wieder inspiriert. Es stammt aus dem Buch, Der kleine Prinz, von Antoine de Saint-Exupéry. Das Zitat lautet, man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Das ist wirklich ein schönes Zitat, David. Es erinnert uns daran, dass wahre Schönheit und Bedeutung oft jenseits dessen liegen, was wir mit bloßem Auge sehen können. Ein Zitat, das ich liebe, stammt aus, Harry Potter und der Stein der Weisen, von J.K. Rowling. Es sind unsere Entscheidungen, Harry, die zeigen, wer wir wirklich sind, weit mehr als unsere Fähigkeiten. Oh ja, das ist ein beeindruckendes Zitat, Anna. Es ermutigt uns, die Verantwortung für unsere eigenen Entscheidungen zu übernehmen und uns nicht nur von unseren Fähigkeiten definieren zu lassen. Gibt es ein Buchzitat, das dich besonders inspiriert? Ja, definitiv. Ich finde dieses Zitat aus, Der Alchemist, von Paolo Coelho sehr inspirierend. Und wenn du etwas wirklich willst, dann wird das ganze Universum darauf hinarbeiten, dass du es erreichen kannst. Es erinnert mich daran, dass wir unsere Träume verfolgen sollen, denn das Universum wird uns dabei unterstützen. Das ist ein wundervolles Zitat, Anna. Es ermutigt uns, an unsere Ziele zu glauben und an ihnen festzuhalten. Ich werde mir dieses Buch merken und es lesen. Kennst du noch andere Bücher mit inspirierenden Zitaten? Absolut, David. Ein weiteres Buch, das ich dir empfehlen kann, ist, Die Kunst des Krieges, von Sunzi. Es enthält viele weise und philosophische Zitate über Strategie und den Umgang mit Herausforderungen. Vielen Dank für die Empfehlung, Anna. Ich werde es definitiv auf meine Leseliste setzen. Ich habe auch ein Zitat aus, Der Herr der Ringe, von J. R. R. Tolkien, das ich sehr mag. Selbst die Dunkelheit wird vorbeigehen, und ein neuer Tag wird kommen. Und wenn die Sonne scheint, wird sie umso heller strahlen. Das ist ein ermutigendes Zitat, David. Es erinnert uns daran, dass selbst in den dunkelsten Zeiten Hoffnung besteht, und dass das Licht immer zurückkehren wird. Genau. Anna, Bücher können uns wirklich mit ihren inspirierenden Zitaten und Geschichten berühren. Es war großartig, sich mit dir über unsere Lieblingszitate auszutauschen. Auf jeden Fall, David. Ich freue mich schon darauf, weitere Bücher zu entdecken und neue inspirierende Zitate zu finden. Bitte liken und abonnieren Sie unseren Kanal. Es hilft uns wirklich. Danke. Dialog 2 Lieblingsballettaufführungen In diesem Gespräch tauschen zwei Personen ihre Lieblingsballettaufführungen aus und teilen ihre Begeisterung für das Ballett. Hallo Lisa, wie geht es dir? Welche Ballettaufführungen magst du am liebsten? Hallo Sophie, ich liebe Schwanensee. Die Geschichte und die wunderschöne Musik von Tchaikovsky faszinieren mich. Wie ist es mit dir? Das klingt fantastisch, Lisa. Mein Favorit ist, der Nussknacker. Die Choreografie und die magische Atmosphäre begeistern mich jedes Mal. Gibt es eine bestimmte Aufführung, die du gerne sehen möchtest? Ja. Ich träume davon, Dornröschen, live zu erleben. Die Kostüme und das klassische Ballett ziehen mich einfach in den Bann. Sophie, hast du einen Tipp für jemanden, der sich für das Ballett interessiert? Mein Tipp wäre, eine Ballettschule zu besuchen und selbst mit dem Tanzen zu beginnen. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, die Kunst des Balletts zu erleben und die eigene Leidenschaft zu entdecken. Lisa, hast du eine bevorzugte Balletttechnik oder einen Lieblingstänzer? Ich bewundere die Eleganz des klassischen Balletts, aber ich finde auch zeitgenössische Ballettaufführungen sehr spannend. Es gibt so viele talentierte Tänzerinnen und Tänzer, es ist schwer, sich auf einen Favoriten festzulegen. Sophie, welche Art von Ballettstücken faszinieren dich am meisten? Ich bin besonders von neoklassischen Balletten beeindruckt, die klassische Technik mit modernen Elementen verbinden. Die Kombination aus Kraft und Anmut ist einfach beeindruckend. Lisa, hast du eine besondere Erinnerung an eine Ballettaufführung, die du gesehen hast? Ja, ich erinnere mich an eine Aufführung von »Der Nussknacker«, bei der ich das erste Mal live im Theater war. Die Darbietung war magisch und ich war fasziniert von der Schönheit der Bewegungen. Sophie, danke für dieses inspirierende Gespräch. Es war toll, über unsere Lieblingsballettaufführungen zu sprechen. Danke dir auch, Lisa. Es war schön, unsere Begeisterung für das Ballett zu teilen und sich gegenseitig zu inspirieren. Lass uns weiterhin die Welt des Balletts erkunden und uns von seiner Schönheit verzaubern lassen. Dialog 3 Erfolgreiche Unternehmungen In dieser Unterhaltung sprechen Lena und Max über ihre Traumunternehmungen und Geschäftsideen. Sie teilen ihre Leidenschaften und Ideen für zukünftige unternehmerische Projekte. Hey Max, ich habe gehört, dass du daran interessiert bist, dein eigenes Unternehmen zu gründen. Was wäre denn dein Traumprojekt? Hallo Lena, ja, ich träume davon, ein eigenes Café zu eröffnen. Ich liebe es, Menschen mit leckerem Kaffee und Gebäck zu verwöhnen. Wie sieht es bei dir aus? Das klingt toll, Max. Mein Traumprojekt wäre eine nachhaltige Modelinie. Ich möchte Kleidung entwerfen, die umweltfreundlich und fair produziert wird. Ich möchte den Menschen zeigen, dass man modisch sein kann, ohne der Umwelt zu schaden. Hast du schon konkrete Ideen für dein Café? Ja, ich möchte ein gemütliches Café schaffen, in dem die Leute sich entspannen und gute Gespräche führen können. Ich plane auch, verschiedene Kaffeesorten aus aller Welt anzubieten und vielleicht sogar Live-Musikabende zu veranstalten. Wie sieht es bei dir aus? Hast du bestimmte Vorstellungen für deine Modelinie? Ich möchte Kleidung entwerfen, die aus nachhaltigen Materialien wie Bio-Baumwolle oder recycelten Stoffen hergestellt wird. Meine Designs sollen zeitlos und vielseitig sein, damit die Leute sie lange tragen können. Ich denke auch über einen Online-Shop nach, um die Reichweite meiner Marke zu erhöhen. Hast du schon an mögliche Standorte für dein Café gedacht? Ja, ich habe überlegt, mein Café in einer belebten Gegend der Stadt zu eröffnen, wo viele Menschen vorbeikommen. Es wäre toll, wenn es auch einen Außenbereich gibt, damit die Gäste draußen sitzen können. Hast du schon über Vertriebswege für deine Modelinie nachgedacht? Ja, ich denke daran, meine Kleidung online zu verkaufen und auch in ausgewählten Boutiquen anzubieten. Außerdem möchte ich lokale Veranstaltungen und Pop-up-Märkte nutzen, um meine Marke bekannt zu machen. Gibt es noch andere Geschäftsideen, die dich interessieren? Neben dem Café interessiere ich mich auch für die Gründung eines Online-Marketplaces für handgemachte Produkte. Ich möchte unabhängige Künstler und Handwerker unterstützen, indem ich ihnen eine Plattform biete, um ihre Produkte zu präsentieren und zu verkaufen. Wie sieht es bei dir aus? Hast du weitere unternehmerische Ideen? Ich finde deine Idee für einen Online-Marketplace großartig, Max. Neben meiner Modelinie könnte ich mir auch vorstellen, ein Modelabel für Kinderkleidung zu gründen, das nachhaltige und kinderfreundliche Designs anbietet. Es war spannend, mit dir über unsere Traumprojekte zu sprechen. Ja, das fand ich auch sehr inspirierend, Lena. Ich hoffe, dass wir beide eines Tages unsere Traumunternehmungen verwirklichen können. Dialog 4 Begeistert von Poetry Slams In diesem Gespräch teilen zwei Personen ihre Begeisterung für Poetry Slams und sprechen über ihre Lieblingsveranstaltungen und Dichterinnen und Dichter. Hey Max, wie geht's? Hast du schon mal einen Poetry Slam besucht? Hey Anna, ja. Ich war letztes Jahr auf einem Poetry Slam und es war einfach großartig. Die Atmosphäre war so lebendig und die Texte der Dichterinnen und Dichter haben mich echt berührt. Wie ist es mit dir? Das klingt toll, Max. Ich liebe Poetry Slams auch. Ich habe vor ein paar Monaten an einem teilgenommen und war total begeistert. Es war faszinierend, wie die Künstler ihre Gedanken und Gefühle mit Worten zum Ausdruck gebracht haben. Ja, genau. Die kreative Art und Weise, wie sie ihre Texte vortragen, hat mich wirklich beeindruckt. Hast du einen Lieblingspoeten oder eine Lieblingspoetin? Definitiv. Ich bin ein großer Fan von Lisa Eckhardt. Ihre Texte sind so tiefgründig und sie hat eine einzigartige Art, sie vorzutragen. Ihre Worte treffen direkt ins Herz. Oh ja. Lisa Eckhardt ist wirklich talentiert. Ich mag auch den Stil von Patrick Salmon. Seine Texte sind oft humorvoll und er schafft es, das Publikum zum Lachen zu bringen. Absolut. Patrick Salmon ist großartig. Es ist erstaunlich, wie er Alltagssituationen in witzige und treffende Worte fasst. Gibt es einen bestimmten Poetry Slam, den du besonders mochtest? Ja. Ich war vor ein paar Monaten auf einem Slam in unserer Stadt und es war einfach fantastisch. Es gab so viele talentierte Dichterinnen und Dichter, und die Vielfalt der Themen hat mich beeindruckt. Es war wirklich eine inspirierende Erfahrung. Das klingt nach einer großartigen Veranstaltung. Ich erinnere mich an einen Poetry Slam, bei dem das Thema, Liebe, im Mittelpunkt stand. Die verschiedenen Interpretationen und Emotionen haben mich wirklich berührt. Es war wie eine Reise durch verschiedene Liebesgeschichten. Das hört sich wirklich spannend an. Ich mag es, wie Poetry Slams verschiedene Perspektiven auf ein Thema bieten können. Es ist faszinierend zu sehen, wie jeder Künstler seine eigene Geschichte erzählt. Absolut. Das ist das Schöne an Poetry Slams. Sie geben den Menschen eine Stimme und Raum, ihre Gedanken und Gefühle auszudrücken. Ich kann es kaum erwarten, zum nächsten Slam zu gehen. Ich auch nicht, Anna. Vielleicht können wir das nächste Mal gemeinsam zu einem Poetry Slam gehen und uns von den talentierten Dichterinnen und Dichtern inspirieren lassen. Das klingt nach einer großartigen Idee, Max. Ich freue mich schon darauf. Bitte liken und abonnieren Sie unseren Kanal. Es hilft uns wirklich. Danke. Dialog 5 Kreative Traumkollaborationen In diesem Gespräch zwischen Max und Anna geht es um ihre Traumkollaborationen in verschiedenen kreativen Bereichen wie Musik, Kunst und Film. Sie teilen ihre Ideen und Fantasien über Zusammenarbeiten mit bekannten Künstlern. Hey Anna, hast du schon einmal darüber nachgedacht, mit wem du gerne zusammenarbeiten würdest? Ja, definitiv. Ja, definitiv. Ich träume oft davon, mit Musikern zusammenzuarbeiten und gemeinsam Songs zu schreiben. Es wäre toll, mit Ed Sheeran oder Taylor Swift einen Hit zu produzieren. Oh ja, das wäre fantastisch. Ed Sheeran ist ein unglaublicher Songwriter und Taylor Swift hat so viele Hits. Ich kann mir vorstellen, wie aufregend es wäre, mit ihnen im Studio zu arbeiten. Absolut. Ihre Musik hat mich schon immer inspiriert. Wie sieht es bei dir aus, Max? Gibt es jemanden, mit dem du gerne zusammenarbeiten möchtest? Definitiv. Ich interessiere mich sehr für Kunst und Design. Es wäre ein Traum, mit dem berühmten Maler Banksy an einem Street-Art-Projekt zu arbeiten. Seine Werke sind so einflussreich und provokativ. Oh ja. Banksy ist wirklich faszinierend. Eine Zusammenarbeit mit ihm würde sicherlich für Aufsehen sorgen. Hast du noch andere Traumkollaborationen im Kopf? Auf jeden Fall. Ich bin auch ein großer Film-Fan. Und es wäre unglaublich, mit Regisseurinnen wie Sofia Coppola oder Ava Dufanay an einem Filmprojekt mitzuwirken. Sie haben eine so einzigartige und kraftvolle Art, Geschichten zu erzählen. Das kann ich nur unterschreiben. Sofia Coppola und Ava Dufanay haben beide so beeindruckende Filmografien. Es wäre ein wahrer Traum, von ihnen lernen zu können. Gibt es noch andere Bereiche, in denen du gerne kollaborieren möchtest? Ja, tatsächlich. Ich finde die Welt der Mode sehr spannend. Eine Zusammenarbeit mit Designern wie Karl Lagerfeld oder Stella McCartney wäre ein absoluter Höhepunkt für mich. Ihre Kreativität und ihr Einfluss in der Modewelt sind einfach bemerkenswert. Oh! Das verstehe ich vollkommen. Karl Lagerfeld und Stella McCartney sind wahre Ikonen in der Modewelt. Eine Zusammenarbeit mit ihnen würde sicherlich unvergesslich sein. Es ist so inspirierend, von unseren Traumkollaborationen zu sprechen. Auf jeden Fall. Es gibt so viele talentierte und einflussreiche Künstler in verschiedenen Bereichen, mit denen es eine Ehre wäre, zusammenzuarbeiten. Es wäre großartig, unsere Träume eines Tages verwirklichen zu können. Absolut. Max, es ist schön, dass wir unsere Leidenschaft für kreative Kollaborationen teilen. Wer weiß, vielleicht wird der Tag kommen, an dem sich unsere Träume erfüllen und wir mit unseren Idolen zusammenarbeiten können. Das wäre wirklich fantastisch. Ich drücke uns beiden die Daumen und hoffe, dass unsere Traumkollaborationen eines Tages Wirklichkeit werden. Auf jeden Fall. Max, lasst uns weiterhin an unseren Träumen festhalten und hart dafür arbeiten. Wer weiß, was die Zukunft für uns bereithält. Absolut. Anna, gemeinsam können wir alles erreichen. Lass uns unsere kreativen Träume verfolgen und sehen, wohin sie uns führen. Das klingt nach einem Plan. Max, gemeinsam können wir Großes erreichen. Auf unsere Traumkollaborationen und eine kreative Zukunft. Prost auf unsere Träume. Anna, mögen sie eines Tages Wirklichkeit werden. Prost. Max, auf eine aufregende und inspirierende Reise zu unseren Traumkollaborationen. Dialog 6 Grüne Träume für eine bessere Welt In diesem Gespräch zwischen Julia und Max teilen sie ihre Träume und Ideen für umweltfreundliche Initiativen. Sie diskutieren verschiedene Bereiche wie Recycling, erneuerbare Energien und Naturschutz. Das Ziel des Gesprächs ist es, die Deutschlernenden dazu anzuregen, über nachhaltige Lösungen nachzudenken und ihre eigenen Ideen einzubringen. Hallo Max, hast du schon einmal darüber nachgedacht, welche umweltfreundlichen Initiativen du gerne umsetzen würdest, wenn du die Möglichkeit hättest? Auf jeden Fall, Julia. Eine meiner Träume wäre es, mehr Menschen für das Recycling zu sensibilisieren. Ich möchte Recyclingprogramme fördern und sicherstellen, dass jeder Zugang zu Recyclingmöglichkeiten hat. Wie sieht es bei dir aus? Das klingt toll. Max, ich bin auch sehr daran interessiert, erneuerbare Energien zu fördern. Mein Traum wäre es, Solaranlagen und Windkraftwerke zu unterstützen, um saubere Energiequellen zu nutzen und unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern. Das ist eine großartige Idee, Julia. Erneuerbare Energien sind definitiv der Weg in die Zukunft. Ich denke auch darüber nach, wie wir den Naturschutz verbessern können. Ich würde gerne mehr Naturschutzgebiete schaffen und die Artenvielfalt fördern. Das ist sehr wichtig, maximal. Der Schutz unserer Umwelt und der Erhalt der Biodiversität sollten immer im Fokus stehen. Ein weiterer Bereich, der mir am Herzen liegt, ist die Reduzierung von Plastikabfällen. Das ist eine großartige Initiative, Julia. Ja, Plastikverschmutzung ist ein ernstes Problem, dem wir entgegenwirken müssen. Wir können auch die Öffentlichkeit über die Bedeutung des Wasserschutzes informieren. Ich denke an Projekte zur Reinigung von Gewässern und zum Schutz von Trinkwasserressourcen. Das ist ein wichtiger Punkt, maximal. Sauberes Wasser ist ein Grundbedürfnis für uns alle. Und wir müssen uns dafür einsetzen, es zu schützen. Was hältst du von Bildungsinitiativen? Ich denke, es ist wichtig, Kinder und Jugendliche über Umweltthemen aufzuklären. Da stimme ich dir vollkommen zu, Julia. Bildung ist der Schlüssel zu positiven Veränderungen. Ich würde gerne Programme entwickeln, die Schulen dabei unterstützen, Umweltthemen in den Lehrplan einzubeziehen und Schülerinnen und Schüler für Nachhaltigkeit zu sensibilisieren. Das ist eine großartige Idee, maximal. Je früher wir anfangen, die nächste Generation zu inspirieren, desto besser. Ich bin zuversichtlich, dass unsere Träume und Ideen dazu beitragen können, eine nachhaltigere und umweltfreundlichere Welt zu schaffen. Absolut. Julia, wenn jeder von uns einen Beitrag leistet und seine Träume in die Tat umsetzt, können wir gemeinsam Großes erreichen. Genau. Max, ich bin dankbar, dass wir diese Träume teilen und uns für eine bessere Zukunft einsetzen. Lass uns unsere Ideen weiterentwickeln und an unseren Zielen arbeiten. Auf jeden Fall, Julia. Gemeinsam können wir viel bewirken und eine positive Veränderung herbeiführen. Dialog 7 Modevisionen In dieser Unterhaltung sprechen Lisa und Julia über ihre Traum-Fashion-Editorials. Sie teilen ihre Begeisterung für Mode und diskutieren ihre Vorstellungen und Ideen für stilvolle Modestrecken. Hey Julia, hast du schon mal darüber nachgedacht, wie dein Traum-Fashion-Editorial aussehen würde? Auf jeden Fall, Lisa. Ich stelle mir ein elegantes Editorial in einer malerischen Landschaft vor. Mit atemberaubenden Kleidern und stilvollen Accessoires. Wie wäre es mit dir? Das klingt fantastisch, Julia. Für mich wäre ein urbanes Editorial in einer pulsierenden Großstadt wie Paris oder New York ein Traum. Mit kreativen Outfits und avagadistischen Styling-Ideen. Oh ja, Lisa, ich kann mir schon die glamourösen Kleider und die aufregenden Locations vorstellen. Aber ich denke auch, dass es wichtig ist, eine starke Botschaft oder eine interessante Geschichte in unserem Editorial zu erzählen. Absolut. Julia, ein Fashion-Editorial kann so viel mehr sein als nur schöne Bilder. Es kann eine Plattform sein, um Ideen und Emotionen auszudrücken. Genau. Lisa, wir könnten beispielsweise ein Editorial konzipieren, das die Vielfalt der Schönheit und Körperpositivität feiert. Indem wir Models unterschiedlicher Körperformen und Hautfarben präsentieren. Das ist eine großartige Idee, Julia. Es ist wichtig, dass sich jeder in der Modeindustrie repräsentiert fühlt. Ein solches Editorial könnte inspirierend und motivierend sein. Auf jeden Fall. Lisa. Und wir könnten auch mit verschiedenen Texturen und Materialien spielen, um eine einzigartige visuelle Ästhetik zu schaffen. Da stimme ich dir zu, Julia. Es gibt so viele spannende Möglichkeiten, um mit Mode zu experimentieren und neue Looks zu kreieren. Absolut. Lisa. Ich stelle mir auch vor, dass wir mit innovativen Fotografietechniken arbeiten, um die Stimmung und Atmosphäre des Editorials zu verstärken. Ja, das wäre großartig, Julia. Wir könnten beispielsweise mit Licht und Schatten spielen oder ungewöhnliche Kamerawinkel verwenden, um eine fesselnde visuelle Darstellung zu erzielen. Definitiv. Lisa. Ein einzigartiges und kreatives Editorial würde die Aufmerksamkeit der Leser auf sich ziehen und ihre Fantasie anregen. Absolut. Julia. Ich bin so begeistert von unserer Vision für das Fashion Editorial. Es wäre großartig, diese Ideen in die Realität umzusetzen. Ja. Lisa. Ich bin sicher, dass wir mit unserer Leidenschaft und Kreativität etwas Beeindruckendes schaffen können. Lass uns unsere Träume verfolgen und unsere Modestrecke zum Leben erwecken. Bitte liken und abonnieren Sie unseren Kanal. Es hilft uns wirklich. Danke. Dialog 8 Ein Gespräch über Traumtechnologie-Innovationen In diesem Gespräch zwischen Max und Lisa tauschen sie ihre Ideen und Begeisterung für zukünftige Technologie-Innovationen aus. Sie sprechen über ihre Traumvorstellungen von technologischen Fortschritten und wie diese die Welt verändern könnten. Hey Lisa. Hast du dir jemals vorgestellt, wie die Technologie in Zukunft aussehen könnte? Welche Innovationen wären deine Traumvorstellung? Ja. Max. Ich denke oft darüber nach. Eine meiner Trauminnovationen wäre ein fortschrittliches Robotersystem, das uns im Alltag unterstützt. Zum Beispiel ein Roboter, der uns bei Hausarbeiten hilft oder sogar ein persönlicher Assistent, der uns bei alltäglichen Aufgaben unterstützt. Das klingt spannend, Lisa. Meine Traumvorstellung wäre eine revolutionäre medizinische Technologie, die Krankheiten heilen kann. Eine Art fortschrittlicher Heilungsmethode, die den Menschen zu einem gesünderen Leben verhilft. Das wäre fantastisch, Max. Eine weitere Idee, die ich habe, ist die Entwicklung von umweltfreundlichen Transportmitteln. Stell dir vor, Autos, die mit erneuerbarer Energie fahren oder sogar fliegende Fahrzeuge, um den Verkehr zu entlasten. Ja, das wäre eine großartige Innovation, Lisa. Ich denke auch an die Virtual Reality Technologie. Stell dir vor, wie realistisch und immersiv virtuelle Welten sein könnten. Man könnte an aufregenden Abenteuern teilnehmen oder ferne Orte erkunden, ohne das Haus zu verlassen. Oh ja. Max. Virtual Reality Abenteuer wären eine aufregende Möglichkeit, neue Erfahrungen zu machen. Eine weitere Idee von mir ist eine fortschrittliche Energiequelle, die erneuerbare Energie auf revolutionäre Weise nutzt und uns von fossilen Brennstoffen unabhängig macht. Das ist ein wichtiger Aspekt, Lisa. Wir sollten definitiv nachhaltige Energiequellen weiterentwickeln. Eine weitere interessante Idee von mir ist die Entwicklung von künstlicher Intelligenz, die uns bei komplexen Problemlösungen unterstützt und neue Erkenntnisse in verschiedenen Bereichen ermöglicht. Das ist eine faszinierende Vorstellung, Max. Künstliche Intelligenz könnte in vielen Bereichen wie Medizin, Forschung und Bildung einen großen Unterschied machen. Es gibt so viele aufregende Möglichkeiten für zukünftige Innovationen. Absolut, Lisa. Wir leben in einer spannenden Zeit, in der technologische Fortschritte unsere Zukunft gestalten können. Es ist inspirierend, über all diese Potenziale nachzudenken und darüber zu sprechen, wie sie die Welt positiv verändern könnten. Da stimme ich dir vollkommen zu, Max. Wir können uns aufregende Zeiten vorstellen und hoffentlich werden einige unserer Traumtechnologien eines Tages Realität. Dialog 9 Effektive Problemlösung In dieser Unterhaltung tauschen Lisa und Tim persönliche Problemlösungstechniken aus, um Herausforderungen im Alltag zu meistern. Hey Tim, hast du eine bewährte Methode, um Probleme zu lösen? Ich habe manchmal Schwierigkeiten, die richtige Lösung zu finden. Hallo Lisa, ja. Ich habe eine Technik, die mir hilft. Ich mache eine Liste mit möglichen Lösungen und bewerte dann ihre Vor- und Nachteile. Das hilft mir, eine informierte Entscheidung zu treffen. Das klingt nach einem guten Ansatz. Tim, ich werde das ausprobieren. Eine Methode, die mir geholfen hat, ist das Aufteilen eines Problems in kleinere Schritte. Dadurch fühlt es sich weniger überwältigend an. Das ist eine kluge Strategie, Lisa. Wenn ich feststecke, versuche ich auch, aus einer anderen Perspektive auf das Problem zu schauen. Manchmal hilft es, die Dinge aus einer neuen Sichtweise zu betrachten. Ja, das ist eine gute Idee, Tim. Eine weitere Technik, die ich verwende, ist das Brainstorming. Ich schreibe alle Ideen auf, die mir in den Sinn kommen, auch die Verrückten. Oft hilft mir das, neue Lösungswege zu entdecken. Das ist eine kreative Methode, Lisa. Eine weitere Strategie, die ich anwende, ist das Visualisieren des gewünschten Ergebnisses. Indem ich mir vorstelle, wie die Lösung aussehen könnte, fällt es mir leichter, darauf hinzuarbeiten. Das klingt nach einer wirksamen Technik, Tim. Manchmal frage ich auch Freunde oder Familie um Rat. Es kann hilfreich sein, andere Perspektiven und Ideen einzubeziehen. Ja, das stimmt, Lisa. Es ist gut, sich Unterstützung zu holen und andere Meinungen anzuhören. Eine weitere Methode, die ich verwende, ist das Lösen von Problemen in kleinen Schritten. So kann ich den Fortschritt sehen und mich motiviert fühlen. Das ist ein guter Ansatz, Tim. Ich versuche auch, aus vergangenen Erfahrungen zu lernen. Oftmals habe ich ähnliche Probleme bereits gelöst. Und das Wissen hilft mir, neue Lösungen zu finden. Das ist klug, Lisa. Indem wir auf unsere Erfahrungen zurückgreifen, können wir effektivere Entscheidungen treffen. Es ist wichtig, geduldig zu sein und sich Zeit zu nehmen, um die beste Lösung zu finden. Ja, definitiv. Tim, Geduld und Ausdauer sind wichtige Eigenschaften bei der Problemlösung. Ich bin froh, dass wir diese Strategien teilen und voneinander lernen können. Dialog 10 Die Zukunft der erneuerbaren Energien In diesem Gespräch diskutieren Lisa und Max ihre Traumprojekte im Bereich erneuerbare Energien. Sie teilen ihre Begeisterung für nachhaltige Energiequellen und tauschen Ideen für zukünftige Projekte aus. Hallo Max. Ich habe gehört, du interessierst dich für erneuerbare Energien. Hast du eine Vorstellung von deinem Traumprojekt in diesem Bereich? Hallo Lisa. Ja. Ich finde erneuerbare Energien sehr spannend. Mein Traumprojekt wäre der Bau eines riesigen Solarparks. Ich stelle mir vor, dass die Solarpanele genug saubere Energie erzeugen, um eine ganze Stadt zu versorgen. Was ist dein Traumprojekt? Das klingt fantastisch, Max. Mein Traumprojekt wäre der Bau eines Offshore-Windparks. Ich stelle mir vor, dass die riesigen Windräder auf dem Meer genug Energie erzeugen, um mehrere Küstenstädte mit sauberem Strom zu versorgen. Es wäre großartig, die Kraft des Windes zu nutzen. Das klingt wirklich beeindruckend, Lisa. Ein Offshore-Windpark würde definitiv einen großen Beitrag zur Energiewende leisten. Hast du noch weitere Ideen für erneuerbare Energieprojekte? Ja, ich habe auch darüber nachgedacht, einen Geothermie-Kraftwerk zu bauen. Die natürliche Wärme aus dem Inneren der Erde könnte genutzt werden, um saubere Energie zu erzeugen. Es wäre toll, diese nachhaltige Energiequelle zu nutzen. Das ist eine großartige Idee, Lisa. Geothermie ist eine erneuerbare Energiequelle, die oft unterschätzt wird. Es gibt noch so viel Potenzial, das wir nutzen könnten. Was hältst du von Wasserstoff als alternative Energiequelle? Wasserstoff ist definitiv eine vielversprechende Option, maximal. Es könnte als sauberer Brennstoff für Fahrzeuge oder sogar zur Stromerzeugung genutzt werden. Ich denke, dass wir in Zukunft verstärkt auf Wasserstoff setzen sollten, um unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern. Da stimme ich dir zu, Lisa. Wasserstoff hat das Potenzial, eine wichtige Rolle bei der Dekarbonisierung unserer Gesellschaft zu spielen. Es ist großartig, dass immer mehr Forschung und Entwicklung in diese Richtung gehen. Absolut. Maximal. Wir können wirklich viel bewirken, wenn wir erneuerbare Energien weiter vorantreiben. Es ist wichtig, dass wir nachhaltige Lösungen finden, um unseren Planeten zu schützen und zukünftigen Generationen eine saubere Umwelt zu hinterlassen. Da bin ich ganz deiner Meinung, Lisa. Wir müssen alle zusammenarbeiten, um diese Projekte voranzutreiben und eine nachhaltige Zukunft aufzubauen. Auf jeden Fall. Maximal. Jeder einzelne Schritt zählt. Ich bin optimistisch, dass wir in Zukunft noch viele innovative und nachhaltige Energietechnologien sehen werden. Danke für dieses inspirierende Gespräch, Lisa. Es motiviert mich, weiterhin an meinen Träumen und Zielen im Bereich erneuerbare Energien zu arbeiten. Gern geschehen. Maximal. Lass uns gemeinsam die Zukunft der erneuerbaren Energien gestalten. Zusammen können wir wirklich einen Unterschied machen. Auf jeden Fall. Lisa. Gemeinsam sind wir stark. Danke für den Austausch und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Max. Viel Erfolg bei deinen zukünftigen Projekten. Bitte liken und abonnieren Sie unseren Kanal. Es hilft uns wirklich. Danke. Dialog 11 Ein Gespräch über Lieblingsmotivationsbücher. In diesem Gespräch zwischen Anna und Max tauschen sie ihre Lieblingsmotivationsbücher aus. Sie teilen ihre Empfehlungen und sprechen darüber, wie diese Bücher sie inspiriert und motiviert haben. Hallo Max. Ich habe kürzlich ein Buch gelesen, das mich wirklich motiviert hat. Hast du auch ein Lieblingsmotivationsbuch? Hallo Anna. Ja. Ich habe tatsächlich ein paar Bücher gelesen, die mich inspiriert haben. Welches Buch hast du denn gerade gelesen und warum hat es dich motiviert? Ich habe »Der Weg zum Erfolg« von Laura Müller gelesen. Es hat mich motiviert, meine Ziele zu verfolgen und an mich selbst zu glauben. Die Autorin teilt ihre eigenen Erfahrungen und gibt praktische Tipps, wie man Hindernisse überwinden und erfolgreich sein kann. Das klingt interessant. Anna. Mein Lieblingsmotivationsbuch ist »Die Macht des positiven Denkens« von Norman Vincent Peale. Es hat mir geholfen, meine negativen Gedanken loszulassen und optimistischer zu sein. Das Buch zeigt, wie wichtig eine positive Einstellung für unseren Erfolg ist. Das klingt nach einem Buch, das ich auch lesen sollte, maximal. Wie hat es dir geholfen, eine positive Einstellung zu entwickeln? Das Buch gibt viele Beispiele und Übungen, um negative Gedankenmuster zu erkennen und durch positive Gedanken zu ersetzen. Es hat mir geholfen, optimistischer zu sein und Schwierigkeiten als Chancen zu sehen. Das klingt wirklich hilfreich, maximal. Ein weiteres Buch, das mich motiviert hat, ist »Die sieben Gewohnheiten erfolgreicher Menschen« von Steffen R. Kavi. Es zeigt, wie man effektiv arbeiten, Prioritäten setzen und erfolgreiche Gewohnheiten entwickeln kann. Das Buch habe ich auch gelesen, Anna. Und es hat mir geholfen, meine Zeit besser zu organisieren und meine Ziele klarer zu definieren. Es hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, proaktiv zu sein und Verantwortung für mein eigenes Leben zu übernehmen. Das sind wichtige Prinzipien, maximal. Hast du noch weitere Empfehlungen für motivierende Bücher? Ja, ein weiteres Buch, das ich gerne empfehle, ist »Grenzenlos erfolgreich« von Tony Robbins. Es ist ein motivierendes Buch, das einem hilft, seine Ängste zu überwinden und das eigene Potenzial voll auszuschöpfen. Das klingt nach einem Buch, das mich auch interessieren könnte, maximal. Ich finde es großartig, wie Bücher uns inspirieren und motivieren können, unser Bestes zu geben. Danke für deine Empfehlungen. Gern geschehen. Anna, Bücher sind eine wertvolle Quelle der Inspiration. Ich hoffe, dass diese Bücher dich genauso motivieren und inspirieren wie mich. Dialog 12 Tipps zur Hausorganisation In diesem Dialog unterhalten sich Lisa und Max über praktische Tipps zur Organisation des eigenen Zuhauses. Sie teilen ihre Erfahrungen und diskutieren über verschiedene Methoden, um Ordnung zu halten. Hey Max, ich finde es manchmal eine Herausforderung, mein Zuhause ordentlich und organisiert zu halten. Hast du Tipps zur Hausorganisation, die du teilen kannst? Hallo Lisa, ja, ich habe einige Tipps, die mir geholfen haben, mein Zuhause ordentlich zu halten. Ein Tipp ist, regelmäßig auszumisten und sich von Dingen zu trennen, die nicht mehr gebraucht werden. Es schafft Platz und reduziert Unordnung. Hast du auch einen Tipp, den du teilen möchtest? Das klingt nach einem guten Tipp, maximal. Ein Tipp, den ich habe, ist die Verwendung von Aufbewahrungsboxen und Behältern, um Gegenstände zu sortieren und zu organisieren. Es hilft dabei, Dinge an ihrem Platz zu halten und erleichtert das Auffinden von Gegenständen. Wie gehst du mit der Organisation von Kleidung um? Kleidung kann manchmal eine Herausforderung sein, Lisa. Ein Tipp, den ich habe, ist das Falten und Stapeln von Kleidungsstücken in Schubladen anstelle des Hängens im Schrank. Das spart Platz und erleichtert die Übersichtlichkeit. Gibt es eine bestimmte Methode, die du verwendest, um deine Schränke zu organisieren? Ja. Eine Methode, die ich gerne verwende, ist das Sortieren von Kleidung nach Kategorien, zum Beispiel nach Typ, Hosen, T-Shirts, etc. oder nach Farben. Es erleichtert das Finden von Outfits und hält den Schrank übersichtlich. Hast du auch Tipps für die Organisation von Papierkram und Dokumenten? Auf jeden Fall, Lisa. Ein Tipp ist, wichtige Dokumente in separaten Ordnern oder Mappen zu halten und diese entsprechend zu beschriften. Es hilft dabei, den Überblick zu behalten und Dokumente leichter zu finden. Wie gehst du mit der Organisation von Küchenutensilien um? In der Küche verwende ich gerne Behälter und Aufbewahrungssysteme, um Utensilien und Kleingeräte zu organisieren. Es hilft dabei, den Arbeitsbereich sauber und aufgeräumt zu halten. Gibt es eine bestimmte Herausforderung bei der Hausorganisation, mit der du zu kämpfen hast? Eine Herausforderung für mich ist die Organisation von Kabeln und elektronischen Geräten, Lisa. Sie neigen dazu, sich zu verheddern und unordentlich auszusehen. Ein Tipp, den ich habe, ist die Verwendung von Kabelbindern oder Kabelclips, um Kabel ordentlich zusammenzuhalten. Hast du einen letzten Tipp, den du teilen möchtest? Mein letzter Tipp wäre, regelmäßige Putz- und Aufräumroutinen einzuführen. Es hilft, Ordnung beizubehalten und ein sauberes Zuhause zu haben. Es ist wichtig, sich Zeit dafür zu nehmen und kleine Aufgaben täglich oder wöchentlich zu erledigen. Dialog 13 Naturschutzträume In diesem Gespräch teilen Paul und Lisa ihre Träume von Umweltschutzprojekten. Sie diskutieren verschiedene Ideen und Ansätze, um die Umwelt zu schützen und nachhaltige Veränderungen zu bewirken. Hallo Lisa, ich habe gehört, du interessierst dich sehr für den Umweltschutz. Was ist dein Traumprojekt für den Naturschutz? Hallo Paul, ja, ich bin wirklich leidenschaftlich daran interessiert, unsere Umwelt zu schützen. Mein Traumprojekt wäre die Wiederherstellung von gefährdeten Lebensräumen, insbesondere von Regenwäldern und Korallenriffen. Das klingt großartig, Lisa. Regenwälder und Korallenriffe sind wirklich ein wichtiger Teil unserer Ökosysteme. Ich würde gerne an einem Projekt teilnehmen, das sich auf die Reduzierung von Plastikverschmutzung in den Ozeanen konzentriert. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt des Umweltschutzes, Paul. Die Verringerung von Plastikmüll ist entscheidend, um unsere Meereslebewesen und Ökosysteme zu schützen. Definitiv, Lisa. Ein weiteres Projekt, das mir am Herzen liegt, ist die Förderung erneuerbarer Energien und die Reduzierung von Treibhausgasemissionen, um den Klimawandel einzudämmen. Das ist ein großartiger Ansatz, Paul. Erneuerbare Energien sind der Schlüssel zur Nachhaltigkeit und zur Verringerung unserer Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen. Ich stimme dir zu, Lisa. Eine andere Idee, die ich habe, ist die Schaffung von Schutzgebieten für gefährdete Tierarten, um ihren Lebensraum zu bewahren und ihre Populationen zu stabilisieren. Das ist eine hervorragende Initiative, Paul. Schutzgebiete spielen eine wichtige Rolle bei der Erhaltung der Artenvielfalt und dem Schutz gefährdeter Tierarten. Ich bin auch der Meinung, dass Bildung und Bewusstseinsbildung eine entscheidende Rolle spielen. Mein Traumprojekt beinhaltet die Durchführung von Umweltworkshops und Programmen, um Menschen über die Bedeutung des Naturschutzes aufzuklären. Das ist eine großartige Idee, Paul. Durch Bildung können wir das Bewusstsein für den Umweltschutz schärfen und die nächste Generation von Umweltschützern inspirieren. Absolut. Lisa. Ich denke auch, dass gemeinsame Anstrengungen und Zusammenarbeit mit Regierungen, NGOs und der Gemeinschaft erforderlich sind, um bedeutende Veränderungen zu bewirken. Ja, Paul. Zusammen können wir mehr erreichen und unsere Träume von einer nachhaltigen und geschützten Umwelt verwirklichen. Bitte liken und abonnieren Sie unseren Kanal. Es hilft uns wirklich. Danke. Dialog 14 Die Macht der Träume In diesem Dialog unterhalten sich Anna und Max über ihre Traum-Superkräfte. Sie tauschen Ideen, Fantasien und Wünsche aus und teilen ihre Vorstellungen von übernatürlichen Fähigkeiten. Hey Max. Hast du jemals darüber nachgedacht, welche übernatürlichen Kräfte du gerne hättest? Ich träume manchmal davon, Superkräfte zu haben. Oh ja. Anna, es wäre so aufregend, übernatürliche Fähigkeiten zu besitzen. Welche Art von Superkräften könntest du dir vorstellen? Ich finde es faszinierend, fliegen zu können. Stell dir vor, wie frei und unabhängig man sich fühlen würde, wenn man einfach abheben könnte und die Welt von oben betrachten könnte. Das klingt wirklich fantastisch. Anna, fliegen zu können wäre eine unglaubliche Erfahrung. Eine Superkraft, von der ich oft träume, ist die Fähigkeit, unsichtbar zu sein. Es wäre aufregend, überall hingehen zu können, ohne gesehen zu werden. Oh ja. Unsichtbar zu sein wäre wirklich interessant. Man könnte Orte erkunden, ohne bemerkt zu werden, und vielleicht sogar Geheimnisse aufdecken. Hast du noch andere Superkräfte, von denen du träumst? Ja, ich finde die Idee, Gedanken lesen zu können, sehr faszinierend. Es wäre erstaunlich, in den Köpfen anderer Menschen zu lesen und zu verstehen, was sie denken und fühlen. Das ist definitiv eine einzigartige Superkraft. Maximal. Gedanken lesen zu können würde uns helfen, andere besser zu verstehen und Empathie zu entwickeln. Eine weitere Superkraft, die ich mir vorstellen könnte, ist die Fähigkeit, die Zeit zu kontrollieren. Man könnte Momente anhalten oder in die Vergangenheit oder Zukunft reisen. Das ist eine wirklich interessante Vorstellung, Anna. Die Zeit zu kontrollieren würde uns die Möglichkeit geben, kostbare Augenblicke zu verlängern oder vergangene Ereignisse neu zu erleben. Es wäre eine ganz besondere Fähigkeit. Absolut. Die Zeit ist so kostbar und ihre Kontrolle wäre eine unglaubliche Gabe. Gibt es noch andere Superkräfte, die dich faszinieren? Eine weitere Superkraft, die ich mir vorstellen könnte, ist die Fähigkeit, sich selbst zu heilen. Stell dir vor, wie großartig es wäre, jede Verletzung oder Krankheit in kürzester Zeit zu überwinden und sich wieder vollständig gesund zu fühlen. Das wäre wirklich fantastisch. Maximal. Sich selbst heilen zu können würde uns die Möglichkeit geben, unser Wohlbefinden zu fördern und uns immer in Topform zu halten. Es ist erstaunlich, wie viele Möglichkeiten es gibt, wenn man von Superkräften träumt. Da hast du recht, Anna. Unsere Vorstellungen von Superkräften sind grenzenlos und zeigen, wie viel Fantasie und Kreativität wir haben. Es macht Spaß, in diese Traumwelt einzutauchen und sich vorzustellen, was möglich wäre. Dialog 15 Finanzielle Ziele erreichen In diesem Gespräch zwischen Lisa und Tim teilen sie ihre persönlichen finanziellen Ziele und diskutieren ihre Pläne, um sie zu erreichen. Sie sprechen über Sparen, Budgetierung und die Bedeutung finanzieller Ziele. Das Gespräch soll die Deutschlernenden dazu ermutigen, über ihre eigenen finanziellen Ziele nachzudenken und Strategien zur Erreichung dieser Ziele zu entwickeln. Hey Tim, hast du dir schon einmal Gedanken über deine finanziellen Ziele gemacht? Ja, auf jeden Fall. Mein Ziel ist es, genug Geld zu sparen, um mir ein eigenes Auto zu kaufen. Ich möchte unabhängig sein und flexibel reisen können. Was ist dein finanzielles Ziel, Lisa? Mein Ziel ist es, für eine große Reise zu sparen. Ich möchte verschiedene Länder erkunden und neue Kulturen kennenlernen. Es ist eine Investition in meine persönliche Entwicklung. Wie planst du, dein finanzielles Ziel zu erreichen, Tim? Ich habe bereits angefangen, Geld zur Seite zu legen und ein Budget zu erstellen. Ich schaue, wo ich Ausgaben reduzieren kann, zum Beispiel bei Freizeitaktivitäten oder Essensbestellungen. Ich versuche, einen Teil meines Einkommens regelmäßig zu sparen. Das klingt nach einer guten Strategie. Ich denke auch darüber nach, meine Ausgaben zu überprüfen und auf Luxusartikel zu verzichten, um mehr Geld sparen zu können. Hast du noch weitere Tipps, wie ich meine finanziellen Ziele erreichen kann? Ja, sicher. Eine Möglichkeit ist es, ein Sparziel festzulegen und automatische Überweisungen auf ein separates Sparkonto einzurichten. So wird das Sparen zur Gewohnheit und das Geld wächst langsam, aber stetig. Es ist auch wichtig, sich ein realistisches Zeitfenster für das Erreichen des Ziels zu setzen. Das sind gute Ratschläge. Ich werde ein Sparkonto eröffnen und automatische Überweisungen einrichten. Es ist immer motivierend zu sehen, wie das Geld langsam wächst. Gibt es noch andere finanzielle Ziele, die du hast, Tim? Ja, neben dem Autokauf möchte ich auch für meine Zukunft vorsorgen. Ich denke über langfristige Investitionen nach, wie zum Beispiel eine private Altersvorsorge oder den Aufbau eines Aktienportfolios. Es ist wichtig, frühzeitig an die finanzielle Absicherung im Alter zu denken. Das ist eine kluge Entscheidung. Ich denke auch über meine langfristige finanzielle Sicherheit nach. Ich werde mich über verschiedene Anlageoptionen informieren und möglicherweise in eine private Altersvorsorge investieren. Genau. Lisa, je früher wir anfangen, uns um unsere finanzielle Situation zu kümmern, desto besser. Es ist wichtig, ein Bewusstsein für unsere Ausgaben zu entwickeln und langfristig zu planen. Ich wünsche uns beiden viel Erfolg dabei, unsere finanziellen Ziele zu erreichen. Danke, Tim. Ich wünsche dir auch viel Erfolg. Lass uns regelmäßig über unsere Fortschritte sprechen und uns gegenseitig motivieren. Absolut. Lisa, wir können uns gegenseitig unterstützen und gemeinsam unsere Ziele verwirklichen. Es wird ein aufregender Weg sein. Dialog 16 Lieblingsarchitekturstile In diesem Gespräch tauschen zwei Personen ihre Lieblingsarchitekturstile aus und teilen ihre Begeisterung für die verschiedenen Baustile. Hey Jonas, wie geht's? Hast du einen Lieblingsarchitekturstil, den du besonders magst? Hallo Laura. Ja, ich finde den Jugendstil besonders faszinierend. Die geschwungenen Linien und organischen Formen beeindrucken mich immer wieder. Wie ist es mit dir? Das klingt interessant, Jonas. Mein Lieblingsarchitekturstil ist der moderne Minimalismus. Ich liebe die klaren Linien und die Reduktion auf das Wesentliche. Es strahlt eine zeitlose Eleganz aus. Gibt es einen bestimmten Bau, den du besonders beeindruckend findest? Ja. Ich bin von der Sagrada Familia in Barcelona beeindruckt. Die Kombination aus Gotik und Jugendstil ist einzigartig. Die detaillierten Fassaden und die außergewöhnliche Konstruktion machen sie zu einem architektonischen Meisterwerk. Wie ist es mit dir, Laura? Ich finde das Opernhaus in Sydney sehr beeindruckend. Die markanten Segelformen und die Lage direkt am Wasser machen es zu einem ikonischen Gebäude. Es ist ein großartiges Beispiel für modernistische Architektur. Jonas, hast du weitere Architekturstile, die du gerne magst? Ja. Ich bin auch ein Fan des Bauhausstils. Die Idee der Verbindung von Kunst und Handwerk und die Betonung von Funktionalität haben die Architektur des 20. Jahrhunderts nachhaltig geprägt. Es ist erstaunlich zu sehen, wie zeitlos und innovativ diese Gebäude sind. Laura, hast du eine Idee, wie man Architekturstile besser kennenlernen kann? Mein Tipp wäre, lokale Architekturführungen zu machen oder Ausstellungen zu besuchen. Es ist auch hilfreich, sich mit Büchern und Online-Ressourcen über verschiedene Architekturstile zu informieren. Es gibt so viel zu entdecken und zu lernen. Jonas, hast du eine besondere Architekturerfahrung oder eine persönliche Geschichte, die du mit mir teilen möchtest? Ja. Ich erinnere mich an einen Besuch des Guggenheim-Museums in Bilbao. Das Gebäude selbst ist ein Kunstwerk und die Ausstellungsräume bieten eine einzigartige Atmosphäre. Es war inspirierend, Kunst und Architektur so harmonisch vereint zu sehen. Laura, danke für dieses inspirierende Gespräch. Es war toll, über unsere Lieblingsarchitekturstile zu sprechen. Danke dir auch, Jonas. Es war schön, unsere Begeisterung für Architektur zu teilen und sich gegenseitig zu inspirieren. Lass uns weiterhin die Schönheit und Vielfalt der Architektur erkunden und neue Architekturstile entdecken. Bitte liken und abonnieren Sie unseren Kanal. Es hilft uns wirklich. Danke. Dialog 17 Heimatliebe In diesem Dialog unterhalten sich Lisa und Max über ihre Heimatstadt und ihr Land. Sie sprechen über Sehenswürdigkeiten, typische Gerichte und Besonderheiten ihrer Region. Hallo Max. Erzähl mir doch etwas über deine Heimatstadt. Was macht sie besonders? Hey Lisa. Meine Heimatstadt liegt in den Bergen und ist bekannt für ihre atemberaubende Natur. Es gibt viele Wanderwege und im Winter sogar Skigebiete. Wie ist es mit deiner Heimatstadt? Was macht sie einzigartig? Meine Heimatstadt liegt an der Küste und hat wunderschöne Strände. Maximal. Es gibt auch historische Gebäude und ein lebendiges Nachtleben. Was gibt es in deiner Region für typische Gerichte, die man unbedingt probieren sollte? Bei uns sind deftige Gerichte wie Käsespätzle und Schwarzwälder Schinken sehr beliebt, Lisa. Sie sind ein Genuss für den Gaumen. Gibt es in deiner Region spezielle Gerichte, die man unbedingt kosten sollte? Ja. In meiner Region sind Fischgerichte sehr beliebt. Maximal. Zum Beispiel gibt es leckeren gebratenen Fisch mit Kartoffeln und frischem Gemüse. Es ist einfach köstlich. Gibt es in deinem Land besondere kulturelle Bräuche oder Feste, auf die du stolz bist? In meinem Land feiern wir das Oktoberfest, Lisa. Es ist das größte Volksfest der Welt und bekannt für seine Bierzelte, leckeres Essen und traditionelle Trachten. Gibt es in deinem Land ein ähnliches Fest, das du gerne besuchst? Bei uns haben wir das Karnevalsfest, maximal. Es ist eine Zeit voller Spaß, Musik und bunter Kostüme. Es gibt Paraden und Straßenfeste, bei denen man sich richtig austoben kann. Gibt es in deiner Heimatstadt eine bekannte Sehenswürdigkeit, die du empfehlen würdest? Ja. In meiner Heimatstadt haben wir ein imposantes Schloss, Lisa. Es ist ein beliebtes Touristenziel und hat eine reiche Geschichte. Wie sieht es in deiner Heimatstadt aus? Gibt es eine besondere Sehenswürdigkeit, die man unbedingt besuchen sollte? In meiner Heimatstadt gibt es eine beeindruckende Altstadt mit historischen Gebäuden und engen Gassen, maximal. Es ist ein wunderbarer Ort, um spazieren zu gehen und die Atmosphäre zu genießen. Was würdest du sagen, ist das Besondere an deinem Land? Für mich ist das Besondere an meinem Land die Vielfalt, Lisa. Wir haben unterschiedliche Landschaften, Kulturen und Traditionen. Es gibt immer etwas Neues zu entdecken. Was ist für dich das Beste an deinem Land? Das Beste an meinem Land ist die Gastfreundschaft der Menschen, maximal. Sie sind offen und freundlich und machen jeden Besuch zu einem besonderen Erlebnis. Es war schön, mit dir über unsere Heimatstadt und unser Land zu sprechen. Dialog 18 Modetrends In diesem Dialog unterhalten sich Julia und Paul über Modetrends. Sie tauschen ihre Meinungen über aktuelle Trends aus, diskutieren ihre Lieblingskleidungsstücke und sprechen über ihren individuellen Stil. Hey Paul, hast du schon die neuen Modetrends gesehen? Was hältst du von ihnen? Hallo Julia! Ja, ich habe einige neue Trends bemerkt. Ich finde es interessant, wie sich die Mode immer wieder verändert. Wie steht es mit dir? Ich finde es auch spannend. Es gibt einige Trends, die mir gut gefallen, aber andere sind nicht so mein Fall. Welche Trends gefallen dir denn besonders? Ich mag zum Beispiel die Oversized Pullover. Sie sind super gemütlich und sehen lässig aus. Wie sieht es bei dir aus? Ich mag auch die Oversized Pullover. Sie sind bequem und passen gut zu einer lässigen Jeans. Ich finde auch, dass sie einen coolen Look verleihen. Absolut! Ein weiterer Trend, den ich mag, sind die Sneakers. Sie sind vielseitig und bequem. Ich trage sie zu fast jedem Outfit. Ja! Sneakers sind definitiv ein Klassiker. Ich habe auch bemerkt, dass viele Leute wieder auf Denim sitzen. Jeans sind zeitlos und können vielseitig kombiniert werden. Da stimme ich dir zu. Jeans sind ein absolutes Must-Have in meinem Kleiderschrank. Es gibt so viele verschiedene Schnitte und Waschungen, da ist für jeden etwas dabei. Auf jeden Fall! Ein weiterer Trend, der mir gefällt, sind Accessoires wie Hüte und Sonnenbrillen. Sie können einem Outfit das gewisse etwas verleihen. Oh ja! Ich liebe Accessoires. Sie können ein einfaches Outfit sofort aufwerten. Ich trage gerne auffällige Ohrringe oder eine schöne Kette. Das kann ich gut nachvollziehen. Accessoires können wirklich den Unterschied machen. Wie würdest du deinen eigenen Stil beschreiben? Ich würde meinen Stil als lässig und feminin beschreiben. Ich mag es, bequeme Kleidung mit einigen femininen Akzenten zu kombinieren. Das klingt gut. Mein Stil ist eher sportlich und unkompliziert. Ich mag es, praktische Kleidung mit einem Hauch von Individualität zu tragen. Das klingt nach einem coolen Stil. Jeder hat seinen eigenen Geschmack und das ist das Schöne an Mode. Man kann seinen eigenen Stil finden und ausdrücken. Da hast du recht. Mode ist eine Form der Selbstexpression. Jeder sollte das tragen, worin er sich wohl fühlt und was zu seiner Persönlichkeit passt. Vielen Dank, dass Sie sich dieses Video angesehen haben. Vergessen Sie nicht es zu liken und zu abonnieren. Tschüss! Vielen Dank, dass Sie sich dieses Video angesehen haben.